Im heutigen Video werfen wir einen Blick auf eure Kommentare und ich werde die zusammen mit euch und für euch beantworten. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen hier wieder indirekt bei unseren Hühnern. Ich hatte euch ja mal gefragt, ob ihr Interesse daran hättet, dass ich mit euch zusammen live eure Kommentare, die ihr mir immer unter die Videos und Shorts schreibt, beantworte. Und wenn wir jetzt mal einen Blick auf diese Umfrage werfen. Da haben 360 Leute daran teilgenommen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und 82% haben gesagt, sie möchten gerne so ein Video haben. Also für euch ist jetzt dieses Video. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie wir das jetzt genau machen. Das ist das erste Mal, dass ich mir das überlegt habe, dass ich das gerne machen würde, weil ich beim Beantworten der Kommentare teilweise schon nochmal den Drang habe, was zu erklären, sage ich mal. Ich habe jetzt auch extra die letzten Wochen keine Kommentare beantwortet, um halt für dieses Video zu sammeln. Ich wollte das eigentlich auch schon viel früher machen. Also es hat sich jetzt mehr angesammelt, als ich eigentlich geplant hatte. Da können wir, glaube ich, auch nicht mehr bis ganz nach unten scrollen oder sowas. Deswegen fangen wir jetzt einfach mit den letzten aktuellen Sachen an. Und ja, wir werden dann im Laufe des Videos sehen, wie sich das so ergibt. Ich werde jetzt das nicht vollends bis zum Ende machen können, weil das ist viel zu viel. Vorweg, ich möchte hier niemanden irgendwie vor den Kopf stoßen oder irgendwie seinen Kommentar abwerten oder was weiß ich. Viele Kommentare davon merkt man auch einfach, dass das Fragen sind von Leuten, die halt keine Hühner halten oder vielleicht noch nicht so lang. Deswegen sind das dann einfach wirklich Sachen, die man dann am Anfang vielleicht noch nicht wissen kann. Manche sind auch Kommentare, da werde ich auch gar nicht weiter darauf eingehen oder sowas. Aber ich möchte jetzt hier niemanden damit verletzen oder sowas, sondern halt die Sachen, die mir selber beim Beantworten der Kommentare in den Kopf kommen, als Erklärung für euch nochmal liefern. Und wir schauen einfach mal, wie das so funktioniert. Also hier geben wir jetzt einfach mal ein Herzchen, weil das ist einfach nur ein Ei zu dem Eierschort. Okay, dann hier, warum Herkules krank war und auf der Sitzstammel in der Stange nicht geschlafen hat. Wir müssen trotzdem zu einem Tierarzt. Ja, Tierarzt kann ich nur sagen. Es gibt mehrere Videos darüber, die verlinke ich euch auch mal hier, dass wir ja beim Tierarzt waren. Einmal ganz am Anfang und zuletzt das Mal, als wir die Probleme mit Marek hatten. Und wir haben einfach mittlerweile festgestellt, dass der Tierarzt uns nicht helfen kann oder möchte, weil viele Tierärzte, selbst die aufgeflügelt spezialisierten Tierärzte, Hühner einfach als Nutztiere ansehen und sagen, ja, wenn die Tiere krank sind, dann tötet man sie. Punkt. Also ja, da, weil, also wir haben einfach gemerkt, Tierarzt macht für uns keinen Sinn. Der hat uns bisher noch nie so richtig wirklich weiterhelfen können. Und ja, da möchte ich jetzt auch gar nicht noch viel näher drauf eingehen, denn das würde dann einfach viel zu lange dauern. So, dann der nächste Kommentar auch hier noch zu dem Short, dass es trotzdem angebracht wäre, Kieselgur auszubringen. Milben im Stall sind keine übles Mus. Ja, also damit ist gemeint, weil wir ja gesagt haben, vielleicht sitzt Hercules auch unten, weil wir ja Milbenbefall hatten. Dazu habe ich auch ein eigenes Video jetzt aktuell gemacht, also ein Video und ein Short, wo wir erklärt haben, wie wir vorgegangen sind. Und aktuell haben wir unser Milbenproblem eigentlich ziemlich gut in den Griff bekommen. Tatsächlich hatte ich noch Kieselgur gefunden und das haben wir auch in den Nestern, also da, wo Hercules drin saß und auch in den Nestern, wo die Glucken drin gegluckt haben, ausgestreuselt. Und ja, also wir haben da ein bisschen was von verwendet, das im ganzen Stall rumzusprühen. Sehe ich ehrlicherweise keinen so großen Sinn drin, weil man da ja auch mit der Atemschutzmaske und so arbeiten muss. Und auch die Hühner dürfen dann natürlich nicht drin sein, was mit den Glucken jetzt wiederum schwierig ist. Also ja, wir haben das an den entsprechenden Stellen angewendet und ich glaube, wir haben ja den Milbenbefall jetzt ganz gut im Griff, also reicht das wohl so. Dann wieder zum Thema Vogelmilbe. Doppelseitiges Klebeband unter die Sitzstangen kleben. Das haben die immer gemacht und den Stall gekalkt. Ja, mit dem doppelseitigen Klebeband kann man sehen, wie der Milbenbefall ist. Also, dass man schaut, wie viele bleiben daran kleben und kalken. Ja, kann man auch machen, ist aber auch mit viel Aufwand verbunden und bei uns hat das jetzt mit dem Öl in dem Fall einfach viel besser funktioniert und es reicht ja für unsere Zwecke auch. Was jetzt, Mädels? Ich glaube, das ist einfach nur der letzte Satz, den ich hier in dem Short gesagt habe. Da gebe ich jetzt auch mal nur ein Herzchen. Kieselgur in alle Sandbäder schütten. Ich habe auf dem Kurbrett Sand und auch da tummeln sich Milben, aber viel weniger. Ich sprühe zweimal die Woche dünnen Kieselgur und Milbenmittel. Dieses Jahr ist echt grausig. Bei Hitze steig komplett leer machen, keinen Streu mehr einsprühen, dann zwei Tage nur Tränken und Futter im Stall. Meine bunte Truppe hat viel Platz und sitzt abends nie gleich. 18 Händen, 3 Hähne, 21 Küken, keine Reibereien, habe keine Probleme dadurch. Ja, also wir haben ja, wie gesagt, mittlerweile eine andere Lösung gefunden. Kein Einstreu bei uns aktuell ist problematisch, weil ja eben die Glucken mit den Küken da sind. Und ja, deswegen haben wir das jetzt so gemacht, wie wir das eben in den genannten Videos durchgeführt haben. Und das hat ja auch für unsere Zwecke gereicht. Natürlich, wenn jetzt der Befall noch viel stärker wäre, dann müsste man eben noch sowas wie das oder andere Maßnahmen noch ergreifen. Dann immer noch zum Thema Milben. Leute, die Milben sind das Problem. Kümmert euch um die Milben. Zu viele Milben können zum Tod führen und sorgen dafür, dass die Hühner nicht in den Stall wollen. Ja, auch das stimmt, aber so krass war es bei uns auf jeden Fall nicht. Also wir haben an den Hühnern selber auch keine starken Milbenbefälle gefunden und im Stall und auf den Sitzstangen waren sie trotzdem. Bei Herkules war das ein anderes Problem, was wir, ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Video, ob ihr das schon gesehen habt vorher oder ob das noch kommen wird, aber das werde ich auf jeden Fall noch erklären. Wir haben ja mittlerweile herausgefunden, woran es mehr oder weniger genau gelegen hat. Also bei Herkules hatte das wirklich nichts mit den Milben zu tun. Dann jetzt mal ein anderes Thema als die Milben. Und welche Henne hat denn welches Ei gelegt? Achso, mit dem jetzt sind drei Glucken auf einem Nest. Ja, das ist jetzt wieder ein so eine typische Kommentar, wo ich dann denke, also derjenige, der den Kommentar geschrieben hat, geht jetzt wahrscheinlich davon aus, dass wenn wir drei Glucken mit drei Eiern auf einem Nest haben, dass diese drei Eier auch von den Hennen sind. Das ist aber nicht der Fall, denn zwei von denen sind ja noch Junghennen, da würden man überhaupt noch gar keine Eier zum Ausbrüten nehmen. Und wir haben denen ja auch schon Eier vorher untergelegt, bevor sich die anderen beiden dann dazugesetzt haben. Also ich kann mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass keines von diesen drei Eiern von den drei Glucken ist. Und zwar liegt das daran, weil Hennen auch fremde Eier ausbrüten. Das heißt, die sammeln sozusagen in einem Nest, dass mehrere Hennen in ein gleiches Nest Eier legen, denn Hennen legen ja auch gerne dort Eier, wo schon Eier liegen und wo dann offensichtlich schon Kolleginnen von ihnen Eier gelegt haben. Und dann setzt sich irgendwann, wenn es dann mal genug Eier sind oder wenn halt das passende Wetter ist oder die Glucke, also eine Henne in der passenden Stimmung, wird sie praktisch gluckig, setzt sich dann auf das Nest drauf und brütet die Eier aus. Dabei ist es vollkommen egal, von wem die Eier sind. Man kann den Hennen auch irgendwie Enteneier oder was weiß ich, Wachteleier oder sowas unterlegen. Also die brüten auch andere Eier aus. Deswegen, ja, also das kann man nicht beantworten, weil es ist, ja, also ihr merkt es, dass es irgendwie irrelevant insofern ist, von welcher Henne welches Ei ist, weil es sind halt verschiedene. Dann hier nochmal zu dem Mini-Ei. Solche Eier legen Hühner, bevor diese das Eierlegen einstellen. Ganz normal, da Hühner Pausen benötigen. Also wahrscheinlich ist damit jetzt gemeint, bevor sie praktisch in die Winterpause zum Eierlegen gehen. Ja, das kann sein. Es kann aber auch sein, also hier in dem Short ging es darum, dass wir so ein kleines Mini-Ei, sieht man hier auch, gefunden haben, wo halt kein Eigelb, also kein Ei-Dotter drin war, sondern nur Eiweiß. Und das nennt man dann auch Hexenei. Und das kann eben sein, entweder ganz am Anfang oder am Ende einer Legeperiode. Normalerweise, meine ich, ist das aber so, dass wenn dann, dass das passiert, wenn die Hennen komplett aufhören, Eier zu legen und nicht nur eine Pause einlegen. Ich weiß es aber ehrlicherweise nicht. Also theoretisch kann das auch immer vorkommen. Wir haben seitdem auch kein Neues mehr gefunden. Aber so war jetzt in unserem Fall ein Einzelfall. Ach, dann zu dem Short hier mit dem aggressiven Hahn greift an, was man dagegen tun kann. Also dazu muss ich sagen, dieser Short ist schon irre alt. Wenn ich den jetzt nochmal machen würde, würde ich den Kommentar, also den Kommentar, den ich dazu abgebe, ganz anders machen. Denn in diesem Short sieht es halt so aus, als hätten wir den Hahn provoziert und würden ihn dann für sein aggressives Verhalten bestrafen. Und das war nicht der Fall. Wir waren halt im Hühnerstall. Dann hat der Hahn uns angegriffen, ohne dass wir was gemacht haben. Wir sind einfach nur da langgegangen. Und dann habe ich halt gesagt, hey, das könnte man doch auch mal gut in einem Short zeigen. Und dann hat mein Mann das praktisch nochmal nachgestellt und ihn dann halt für das Video einmal provoziert. Normalerweise sollte das ein Hahn oder ein Huhn generell aber auch nicht machen, wenn man ihm Stiefel vor die Nase hält, anzugreifen, sondern sollte einfach weggehen. Also wenn die dann den Schuh wirklich angreifen, wenn man ihn da hinstellt, dann haben sie schon sehr starken Hang zur aggressiven Neigung. Und ja, also deswegen, ich werde auf die Kommentare zu diesem Video nicht eingehen, denn da sind auch sehr viele schwachsinnige Kommentare ehrlicherweise drunter. Also das werde ich einfach ignorieren. Ach dann, dass der Short zu Rabe Socke, die wir ja erlösen mussten, weil die wieder rückfällig geworden ist. Also die hat ja gehumpelt. Dann haben wir sie ja wieder gesund gepflegt und wahrscheinlich war es Marek. Ist dann aber rückfällig geworden, also fing wieder an zu humpeln. Wir haben nochmal versucht mit Vitamin B. Es ist aber nicht wirklich viel besser geworden. Ja, und hier sagt jetzt jemand, oh, wir haben die geschlachtet. Ja, haben wir gemacht. Und ich glaube, da waren auch noch mehr Fragen darunter dazu. Ich habe zwischendurch natürlich immer mal reingeguckt. Werden wir gleich noch zu kommen. Ja, und wir haben sie auch bisher noch nicht gegessen, aber sie ist halt in der Tüffkühltruhe. Und ja, also ich finde das eigentlich eine Würdigung für das Huhn, wenn es schon sterben muss, weil man jetzt halt sagt, es war so krank und mit diesem Humpeln und sie saß nachher auch ganz apathisch in der Ecke. Der Kamm hing runter, hat sich kaum noch vernünftig bewegt und ist nicht richtig rausgegangen. Die anderen haben sie die ganze Zeit gemobbt. Also das empfinde ich nicht als würdiges Hühnerleben. Und wenn man dann sagt, dass wir sie halt nicht mit diesem Leben lassen wollen und dann halt schlachten und mit dem Körper eigentlich nichts ist, außer okay, das verformte Brustbein ist jetzt nicht schlimm. Und dass sie Marek wahrscheinlich hatte, ist auch keine Beeinträchtigung, denn man kann Fleisch von Hühnern, die Marek haben, bedenkenlos essen, genauso wie die Eier. Also überlegt euch mal in der Massentierhaltung, was die Hühner da alles für mögliche Krankheiten haben und wie die aussortiert werden, ob man das Fleisch jetzt noch essen kann oder nicht. Oder auch die Eier, die gelegt werden. Wozu man ja auch sagen muss, dass ja, wenn die Hühner gegen Marek geimpft wurden, es ja nicht heißt, dass sie den Erreger nicht bekommen und in den Körper bekommen. Das heißt, sie sind damit infiziert, aber die Krankheit bricht nicht aus. Da haben wir auch ein eigenes oder mehrere eigene ausführliche Marek-Videos gemacht, die verlinke ich euch hier auch, wo wir das erklärt haben, wie das funktioniert mit der Impfung. Das heißt, eigentlich haben theoretisch alle Hühner, die geimpft sind, sind potenzielle Träger des Marek-Virus und damit auch alle Hühner, die wir irgendwie in der Massentierhaltung haben. Ja, also das ist unproblematisch, wenn man sie dann isst. Und ich empfinde es eigentlich als Würdigung, wenn das Tier schon gestorben ist. Ich meine, die Essenz, was das Tier ausmacht, also die, keine Ahnung, ob man es jetzt Seele oder was auch immer nennen will, ist dann ja sowieso schon aus dem Körper raus. Und wenn das Huhn den Körper nicht mehr braucht, warum sollte man es dann nicht noch verwerten und essen, worum man sich ja auch die ganze Zeit gekümmert hat und so, als es dann einfach wegzuwerfen. Also, ja. Dann nochmal zu dem Ei. Das hatten wir auch. Okay, geben wir ein Herzchen. Hier das Gelachen mit dem aggressiven Hahn ignorieren wir. Was sagt der Kuckuck vom Nachbarn dazu? Geben wir mal ein Lachsmiley. Ach so, mit Kuckuck ist wahrscheinlich gemeint, dass da ein Kuckuck ein Ei in das Nest von den Hühnern gelegt hat. Also, die Kuckucks machen das ja auch so, dass sie das in fremde Nester ihre Eier legen und der kleine Kuckuck schlüpft dann ja auch früher als die meisten anderen Singvögel und schubst dann ja auch die Eier raus und sowas. Also, eigentlich müsste da das große Ei das vom Kuckuck sein und nicht das kleine, ne? Ja. Easy Äpfel an Hühner verfüttern. Oh, das ist auch ein sehr alter Short. Da hatte ich noch gar keine Hashtags drin. Wo gibt es Äpfel? Her damit. Bei uns ist alles erfroren in der Blüte. Wir haben nichts. Ja, das ist schade. Bei uns gab es dieses Jahr, beziehungsweise das war ja letztes Jahr, wo wir das gemacht haben. Da gab es ausreichend und jetzt eigentlich auch. Wieder zu dem Ei. Eins unserer Hühner hatte mein Mini eingelegt. Das wog nur 0,2 Gramm. Krass. Und dann eins, das doppelt so groß war wie ein normales. Ja, da waren wahrscheinlich, nehme ich mal an, zwei Dotter drin. Das hatten wir nämlich auch mal. Da habe ich auch ein Short zu gemacht. Das war halt auch so viel länglicher als ein normales. Und man sah auch in der Mitte, dass so wie so eine Art kleiner Bruch oder so war. Das gleicht sich dann wieder aus, wenn man ein Ei ohne Dotter und eins mit zwei Dottern hat, ne? Ah, hier die beiden Glucken zu sagen. Dass die, ähm, ja, zusammen geguckt haben. Also Mary und Connie. Es geht um Liebe und Freundschaft. Das fällt mir dazu ein. Es geht nicht immer nur um Nützlichkeit und Eier. Wolltest du Freunde trennen? Verstehe dich selbst. Aha. Ja, dazu kann ich sagen, natürlich wollte ich die Glucken nicht trennen. in Form von, ich will nicht, dass sie zusammen Glucken und, äh, irgendwie Freundschaft, Zuneigung, was auch immer. Oder einige hatten auch irgendwie gesagt, ob die lesbisch oder bi oder was weiß ich. Das, ähm, finde ich, geht es jetzt ein bisschen weit, das so da rein zu interpretieren. Ähm, keine Ahnung. Und da möchte ich jetzt auch niemandem irgendwie auf die Füße treten oder irgendwas dazu kommentieren oder sagen. Da muss ich ehrlicherweise auch zugeben, dass ich mich da wenig mit auskenne. Und auch wenig mit beschäftige. Also ich wollte jetzt nicht die beiden auseinander bringen, weil ich das irgendwie nicht möchte, dass zwei Hennen zusammen Glucken oder sowas. Keineswegs. Sondern ich hatte halt die Befürchtung, weil wir das ja gesehen haben bei, ähm, Marlin und Aurora. Die hatten ja beide ein eigenes Nest, die aber nur nebeneinander waren. Und hat ja jeder für sich selber seine eigenen Eier ausgebrütet. Und nachher hat ja Aurora, war ja aggressiv gegen einige Küken von Marlin, beziehungsweise generell gegen hellere Küken. Deswegen haben wir ja nachher drei dunkle Maransküken gegeben. Und da hatte ich jetzt halt die Befürchtung, wenn sie, ähm, wenn schon zwei Glucken, die zwei eigenen, also jeder ein eigenes Nest haben und sich dann nachher treffen, wenn die sich, ähm, nicht verstehen und sich um die Küken prügeln und die Küken dann sogar umbringen, ähm, wenn die dann zusammen auf einem Nest sitzen, wie mag das denn ausgehen? Also meine Befürchtung war einfach nur, dass ich nicht wollte, dass die sich nachher zusammen um die Eier und die Küken prügeln, zum Nachteil der Küken. Das war da mein größter Hintergedanke. Deswegen hatten wir ja versucht, am Anfang die auseinanderzubringen. Und als wir dann ja gemerkt haben, dass es nicht funktioniert, haben wir sie auch zusammengelassen und wir wurden ja eines Besseren belehrt. Es hat alles wunderbar funktioniert. Sie kümmern sich jetzt immer auch noch, ähm, Mary schon ein bisschen weniger, aber Corny auf jeden Fall, um die Küken. Und es war alles super. Also das war einfach nur meine Angst von der Brut davor, wo wir eben die Probleme mit den zwei Glucken hatten, dass ich halt dachte, das würde da auch so laufen. Ah, dann wieder zur Rabe Socke. War Socke lecker? Das kann ich, wie gesagt, noch nicht beantworten, weil wir sie noch nicht, äh, gegessen haben. Sie ist noch in der Tiefkühltruhe. Wenn wir sie gegessen haben, kann ich das berichten. Ich nehme an, sie wird noch nicht so zäh sein, weil sie noch nicht so ganz so alt war. Ähm, ja. Aber, also, kommt ja auch immer drauf an, wie man das zubereitet, ne? Ich weiß auch nicht, ob die Frage jetzt wirklich ernst gemeint ist, ob sie lecker war oder ob da jemand einfach nur provozieren möchte. Keine Ahnung. Deswegen antworte ich da jetzt einfach mal relativ neutral drauf. Nicht umsonst gibt es Tierärzte. Schlachten nennt ihr Erlösen. Wie krank? Ja, ähm, natürlich ist das auch wieder ein, ein Problem, was immer wieder gesagt wird, äh, von wegen, wenn wir nicht zum Tierarzt gehen und, äh, wir die Tiere dann schlachten und behaupten, es wäre Erlösen. Ähm, ja. Man kann sich darüber schreiten, aber ich habe ja eben schon gesagt, was unsere Beweggründe sind, wenn man halt einfach sieht, dass das Huhn nicht mehr ein normales Hühnerleben leben kann und das konnte sie am Ende mit ihren Beeinträchtigungen nicht mehr, ähm, dass wir dann sagen, dass wir das Tier umbringen, schlachten, erlösen, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, ähm, weil wir halt sagen oder entscheiden, dass das kein würdiges Hühnerleben mehr ist. Sonst würde das draußen in der Natur, der Fuchs oder der Habicht oder sonst was für ein Räuber entscheiden, nämlich einfach, wenn das Tier schwach ist und von den anderen ausgegrenzt wird, dann würde sich, äh, das Raubtier, äh, dieses Tier holen oder es würde so lange vor sich hin kräpeln, bis es elendiglich stirbt. Äh, das finde ich total unmöglich, wenn man Tiere hält, sollte man sie auch erlösen können, wenn es ihnen schlecht geht und wir haben das jetzt als definiert, als dass es ihr schlecht geht und, äh, wie ich bereits oben schon mal eben gesagt habe, Tierärzte können auch nicht alles, ähm, bei allem helfen. Und gerade bei Marek, ähm, da kann ich jetzt nur noch mal auf dieses Video verweisen, da hat ja die, äh, Tierärztin wortwörtlich zu mir gesagt, ja, das ist Marek an den Symptomen, das sieht man schon, und, äh, Rabe Sock hatte die gleichen Symptome wie Loli, äh, da kann man nichts machen. Wo, und dann hat sie sie mir ja wieder in die Transportbox gesetzt, so nach dem Motto, hier bitte, ihr Huhn. Ich dann sagte, ja, wenn man nichts machen kann, also, wir können ihr nicht helfen, wir können sie nicht heilen, kann man denn dann untersuchen, ob es wirklich Marek ist. Und dann hat sie ja gesagt mit dem, ja, ja, hier, wir können eine Obduktion machen, bla. Also, sie hätte mir Rabe Socker auch einfach wieder mit nach Hause gegeben und gesagt, man kann nichts machen, also, Loli meine ich natürlich, mit nach Hause gegeben, man kann ihr nicht helfen. Und wenn ich dann gesagt hätte, ja, was soll ich denn dann zu Hause machen, hätte sie wahrscheinlich, wenn ich es nicht hätte untersuchen lassen, gesagt, ja, dann lassen Sie sie hier, dann schläfern wir sie ein. Wo ich mir denke, wo ist jetzt der Unterschied, ob ich über eine Dreiviertelstunde zu diesem Tierarzt mit dem Huhn jückele und dass sie erlöst, sprich einschläfert, okay, vielleicht ist Einschläfern jetzt eine sanftere Methode als Schlachten, aber ganz ehrlich, wenn man es betäubt, mit einem Schlag auf den Kopf und dann köpft, also, viel schnellerer Tod, einen viel schnelleren Tod gibt es eigentlich gar nicht. Äh, ja, keine Ahnung. Also, ich wüsste nicht, warum ich ihr dann noch das antun sollte, 45 Minuten zum Tierarzt hinzujückeln, äh, damit sie sie umbringen. Das können wir selber schneller auf jeden Fall. Also, da sind die 45 Minuten Hinfahrt auf jeden Fall gespart. Deswegen denke ich, dass das, äh, oder definieren wir das für uns als, dass wir das richtig ansehen, dass wir die Tiere, wenn wir eben meinen, dass es kein würdiges Hühnerleben mehr ist, selber schlachten, erlösen, äh, was weiß ich. Wie gesagt, wie man es definieren möchte, mag jetzt jedem selbst überlassen sein, aber, ähm, ja, man muss sich dann immer wieder überlegen, wenn man solche Dinge äußert, äh, dass wir dann entscheiden, dass Rabe Socke nicht weiterleben darf. Ey, schaut mal, wie viele Tiere gegessen werden, denen es total scheiße ging in der Massentierhaltung, die, äh, gequält werden, äh, dass Kühen ihre Kälbchen weggenommen werden, die dann übrigens geschlachtet werden, damit man ihnen die Milch klauen kann. Und nach, äh, zwei Jahren oder drei Jahren, was weiß ich, wie so, wie lang so eine Kuh, äh, hält, äh, wenn sie nachher auch zu alt ist, wird sie auch, äh, geschlachtet und in notfalls Hundefutter verarbeitet, weil es für uns Menschen ja nicht mehr, äh, da ist ja nicht mehr so zart und so lecker. Also, wir essen ja lieber die Kälbchen, wo ich mir dann denke, das ist, finde ich, genauso krank. Und ich will mich da auch gar nicht von Lust machen. Ich esse ab und zu auch mal Fleisch aus der Industrie. Aber, ähm, wenn man sich überlegt, was dahinter steckt, äh, was man, finde ich, immer tun sollte, dann, ja, kommt man irgendwie zu vielen Erkenntnissen, ähm, dass man sagen kann, dass das krank ist, wie hier in dem Kommentar steht. Also, ich kann mich jetzt hier um Kopf und Kragen ringen, aber ich glaube, ihr versteht, was ich damit meine. So, dann der nächste Kommentar zu der Teenie-Glucke, die lässt die Küken nachts alleine. Frisst ihr die? Ähm, ist damit jetzt gemeint, ob wir unsere Hühner essen? Nehme ich mal an. Da möchte ich jetzt, glaube ich, auch nicht drauf antworten. Oder, warte, ich schreibe mal da drauf, oder antworte mal da drauf, falls du meinst, ob wir unsere Hühner auch essen. Ja, tun wir. Aber diese gerade nicht. Also, ja, wie gesagt, mit manchen Kommentaren verstehe ich nicht, ob das jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage ist oder ob jemand einfach nur provozieren will. Ähm, ich würde ein Gitter drüber machen. Regenwasser kommt rein, die Küken können aber nicht durchfallen. Ach so, ja, als Aurora da mit den Küken auf diesem Geländer vom IBC balanciert. Wir haben da mittlerweile ein Gitter drüber gemacht. Das Problem ist, die sitzen dann auf dem Gitter, kacken darunter und die Kacke fällt dann in das Wasser rein. Und, äh, ja, wenn man das über Dauer macht, dann wird ja das Wasser irgendwann auch schlecht und fängt an zu stinken. Deswegen habe ich dann oben drüber nochmal eine Doppelstegplatte gemacht. Also, es ist jetzt komplett abgedeckt, dass da keiner mehr reinfallen kann und auch keine Kacke mehr reinkommt. Ja. Dann wieder zu Hades. Ich kann euch beruhigen. Auch mit gebrochenen Flügel kann man es noch essen. Ja. Ich glaube, da antworte ich auch nicht drauf. Das ist, ähm, wieder so eine provokative, äh, Frage. Ja, kann man noch. Warum macht sie das Ei platt? Ähm, was meint derjenige damit? Warum ich das Ei aufmache oder wie? Keine Ahnung. Okay, antworte ich jetzt auch nicht mal drauf, weil verstehe ich die Frage nicht so ganz. Dann, äh, zu dem Hühnerzaun. Ist mir zu teuer. Sorry. Ich mag es, Strom drauf zu haben. In dieser hält die Tiere drin und den Fuchs. Wenigstens die Jungen draußen. Ich muss zusätzlich 450 Quadratmeter einzäunen. Ja, okay. Also, zu dem, äh, Zaun. Natürlich, äh, hat jeder seine eigene, äh, Meinung und Bevorzugung. Klar, Strom kann man auf den, weil das ja aus so einem Kunststoff, äh, Geflecht ist. Kann man da natürlich nicht drauf machen. Ähm, wir benutzen es ja auch nicht, um konkret unseren ganzen Auslauf von den Hühnern zu, ähm, umzäunen, sondern wir benutzen es ja nur für den mobilen Auslauf auf der Wiese. Also, der, äh, richtig stationärer, befestigte Auslauf von denen, wo sie dauerhaft draußen sein können, den würde ich auch nicht mit diesem Zaun machen. Ähm, weil der dafür zu, zu instabil ist und so. Und, ähm, zu, also, da müsste man ja einen Untergrabschutz hinmachen und oben auch wieder, dass man, äh, ein Gitter und sowas drüber macht. Da ist ja gar nicht so ein richtiger Anknüpfungspunkt. Es geht ja hier um einen mobilen Hühnerzaun für einen, äh, mobilen Bereich. Und da finde ich den halt, äh, super. Ja, dann den Short, wo ich gefragt habe, ob man die, ähm, Glucken mit ihren Naturbrotküken von den großen Hühnern trennen muss oder nicht. Das war ja das, was wir jetzt bei, ähm, Corny und Mary rausgefunden haben, sozusagen. Dass das eigentlich ziemlich gut funktioniert, wenn sie von vornherein dabei bleiben. Weil sie dann, kommt mir zumindest jetzt so vor, viel besser integriert sind. Äh, da sagt jemand, meine Zwergseidies, äh, da hat das auch immer mühelos funktioniert. Es sind allerdings auch sehr friedfertig. Ja, da mache ich jetzt einfach mal ein Herzchen zu, weil bei uns hat's ja offensichtlich auch funktioniert. Dann zu dem, bei dem Short, wir haben das Rätsel gelöst, von wem das Mini-Ei ist. Ach, das war das, was von Mary ist, als die angefangen hatte zu legen. Ich hatte es in einem anderen Video erklärt. Ihr liegt mit eurer Vermutung falsch. Hier die eigentliche Erklärung. Das sind Eier von einem Wechselhuhn. Wenn Hühner einen unnatürlichen Tod sterben, kehren ihre geschändeten und formlosen Körper nachts zurück, um verfluchte Eier zu hinterlassen. Bitte was? Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist oder ob mich da auch jemand irgendwie veräppeln will. Falls ihr dazu eine Erklärung habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, unter dieses Video. Ich übergehe das jetzt einfach mal. Ach, auch noch wieder zu dem kleinen Mini-Ei. Ich hätte das als Kind gefeiert. Ich mochte kein Eigelb. Ja, das ist natürlich sehr gut. Unsere Tochter mag das auch nicht so gerne. Aber das kommt daher, weil das Eigelb ja manchmal sehr trocken ist und man das dann schlecht schlucken kann. Ja, aber dafür ist natürlich auch wenig Eiweiß bei so einem Ei drin. Also da sollte man das vielleicht lieber trennen und dann von einem normalen Ei einfach nur das Eiweiß nehmen. Sonst braucht man sehr viele von diesen Eiern, dass man da ein vernünftiges Omelett oder so zusammen kriegt. Ich wollte mal wissen, was für eine Brutmaschine ihr empfehlen könntet. Ja, das ist immer eine gute Frage, weil wir ja jetzt keine Kunstbrut mehr machen wollen und den Brutautomaten, den wir übernommen hatten, also da hatte ich auch schon mal in diversen Videos mit erklärt. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich halt keinen Vergleich habe. Also ich kann euch leider keinen Brutautomaten empfehlen. Ah, hier unter dem anderen Video die Frage auch nochmal. Okay, vielleicht suche ich dann mal einmal das Video, wo ich das erklärt habe, raus. So, da kann sich derjenige notfalls das Video hier dazu angucken. So, das ist meist das erste Ei eines Huhns. Ja, genau. Das kann eben auch sein, dass das dann so ein Mini-Ei ist ohne Eigelb. Ach, wieder hier zu dem aggressiven Hahn. Das ignorieren wir. Ja, habe ich ja eben schon mal erklärt, warum ich das da gemacht habe, aus eben vorbegründeter Angst, die sich, oder aus vorhergehender Angst, habe ich mich eingemischt, die sich ja nicht begründet hat. Sind halt Tiere. Von wegen, die Glocke lässt die Küken nachts alleine. Also Mary ist ja schon wieder auf die Schlafstange gegangen und nur Corny saß noch mit den Küken da. Ja, das stimmt. Sind halt Tiere, die machen, was sie wollen. Die achte Brut in diesem Jahr. Karamell brütet auch. Ja, ich finde es, um ehrlich zu sein, nicht schön, aber wenn du es magst, ist es doch toll. Ja, also dazu kann ich nur sagen, ich mag es natürlich auch nicht, dass ständig unsere Händen glucken wollen, weil eigentlich haben wir genug Hühner und genug Küken. Aber wenn sie das wollen, was soll ich machen? Ich müsste sie entglucken, was auch irgendwie ziemlich mies für sie ist, wo wir dann gesagt haben, das wollen wir eigentlich nicht, sondern die dürfen alle glucken, wenn sie wollen. Also ist das die Konsequenz daraus zu sagen, ja, dann dürfen sie es halt. So, ich habe jetzt mal ein bisschen hier meine Schreibtischlampe angemacht, weil draußen regnet es gerade und hat sich ziemlich zugezogen. Deswegen ist es so dunkel geworden. Sind die Hühner lesbisch? Ach so, ja. Also, wie gesagt, dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern, weil solche Sozialstrukturen, wie sie bei uns Menschen zu finden sind, das ist ja immer schwierig, das auf Tiere generell zu übertragen. Und ja, dieses Fass, ob die jetzt irgendwie lesbisch, homo, hetero, wie auch immer, Patchwork-Familie, keine Ahnung, möchte ich jetzt nicht aufmachen, und da irgendwas zu sagen, da kann jeder das reininterpretieren, was er möchte oder auch nicht möchte. Nochmal zu der roten Vogelmilbe. Da soll man irgendwas reintun. A, S, A, P, Insektentöter. Aha. Ja, so stark war es ja zum Glück bei uns nicht. Dann der Short, dass Aurora nach vier Wochen sich schon nicht mehr um ihre Küken kümmert. Ah, super. Ich bin ein Huhn, das sich nicht um seine Kinder kümmert. Ich heiße auch so. Ha, ach so. Derjenige heißt Aurora. Ja, okay. Das tut mir leid. Das lässt sich ja nicht unbedingt so übertragen, ne? Okay, falls ihr es jetzt irgendwie ganz laut klappern hört, also draußen hagelt es gerade wie verrückt, und deswegen ist es auch so dunkel geworden. Ich hoffe, wir können jetzt, also ihr könnt mich trotzdem verstehen, ich habe ja ein Mikro stehen, wenn ich weitermache. Wobei wir jetzt auch sagen könnten, das Video ist ja eigentlich schon, also meine Aufnahme hier jetzt fast 40 Minuten lang. Also könnte man jetzt sagen, vielleicht reicht es jetzt auch mal. Ich habe ja schon angekündigt, durch alle Kommentare kommen wir nicht durch. Vielleicht werde ich es jetzt in Zukunft so machen, dass ich nicht solche ausführlichen Videos wie dieses hier jetzt mache, um auf eure Kommentare einzugehen, sondern dass ich, wenn ich so einen Kommentar habe, wie zum Beispiel dieses, welches Ei hat denn, von diesen drei Bruteiern, hat denn jetzt welche von den drei Glucken gelegt, ne? Mit diesem, was ich ja gerade dann vorhin erklärt hatte, dass nicht, also Hühner auch fremde Eier ausbrüten und sowas, wenn das so ein Thema ist, dass ich daraus vielleicht einfach einen kurzen Short mache, so in der Form, wie man das jetzt hier sieht, also dass ich hier sitze und das erkläre, und man den Kommentar dazu sieht, oder ich den halt schneide, mal schauen, lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr nochmal so ein Video wie das hier haben wollt. Wie gesagt, das Problem ist natürlich immer, ich kann hier endlos weiter labern, ich könnte euch jetzt drei Stunden lang hier alles zu den Kommentaren erzählen und so, aber, ja, ist dann ja auch immer die Frage, ob dann genau das dazwischen ist, was euch interessiert, oder ihr sagt mir, dass man sich vielleicht nur ein Video oder ein Short anschaut, wo halt viele offene Kommentare sind, dass man das dann wenigstens zu dem einheitlichen Thema die verschiedenen Kommentare hat und nicht so wie hier ja jetzt ständig zwischen den Videos auch hin und her gesprungen ist. Also, ja, dann könntet ihr mir ja vielleicht irgendwie ein, zwei Videos mal sagen, wo ihr das interessant finden würdet, wenn wir uns die Kommentare zusammen nochmal anschauen oder, ja, ob ich das halt komplett lassen soll, weil ich vom Gefühl her weiß ich jetzt nicht, wie viel Mehrwert das wirklich für euch bringt, wenn ich hier die Kommentare so querbeet, sage ich mal, durchgehe. Genau, ja, schreibt mir das wie gesagt gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall bedanke ich mich für alle, die bis hierhin drangeblieben sind und mir treu geblieben sind und den Hühnern natürlich auch. Abonniert gerne den Kanal und liked das Video, wenn ihr wollt, dass es so ähnlich mehr Videos gibt und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal hoffentlich.